hallo liebe oder mit diesem steno video dialog können wir jetzt endlich web 2.0 starten wobei wir uns problemlos über youtube austauschen und zwar mit steno videos die jeder verstehen kann herzliche grüße friedemar ich setze noch ein paar markierungspunkte hallo liebe uda mit diesem dialog können wir jetzt endlich web 2.0 starten wobei wir uns problemlos über youtube austauschen das ist ein verrutschter markierungspunkt den mache ich noch mal zurück austauschen punkt sollte eigentlich sagen nee nichts mit steno videos die jetzt jeder verstehen kann herzliche grüße friedemar der gelbe punkt in dem fall ist nicht der gelbe punkt was man sonst darunter versteht sondern er dient dazu die mit dem finger produzierte stenografie durch markierung anzureichern die eine verstärkung ausdrücken soll ich freue mich auf antworten wir können alles über steno videos näher besprechen danke das ist mir ein wenig das ist mirend